Nachdem Sie Apache Sol Air heruntergeladen haben, können Sie dieses auch ohne Probleme sofort installieren. Sie müssten bei der Installation eigentlich nichts weiter beachten. Und dann können Sie die Software auch schon im Browserfenster starten, so wie ich das jetzt hier gleich machen werde. So, jetzt soll ich nach Hause aufgehen und kümmern uns oben über den Punkt Access Bitnami Apache Sol Air start direkt auf das Sol Air einloggen, beziehungsweise können wir die Oberfläche sehen. Apache Sol Air ist eine Open Source Enterprise Suchplattform, die aus dem Apache Loose Sense Projekt entstanden ist. Die umfasst eine leistungsfähige Volltextsuche mit Hit-Highlighting und unterstützt dynamisches Clustering, hat eine Datenbank-Integration, eine Dokumentenhandlung und eine Geospitalsuche. Sol Air ist skalierbar. und ja, schaut euch das Ganze einfach hier mal an. Ich klicke mich ja wenig durch das Ganze durch. Ihr könnt euch das Ganze natürlich hier weiter anschauen oder euch das Paket natürlich selber herunterladen und austesten. Ja, das war es an dieser Stelle von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.